Neue Trainer, neue Hoffnung und vielleicht auch ein neues Glück für Ambri Piotta. Heute leitet Kevin Konstantins das erste Training in der Leventina und das schauen wir jetzt ganz genau an. Es fällt auf, dass Kevin Konstantin sehr viele Angriffsauslösungen und Powerplay trainieren lässt. Er fordert seine Spieler auch immer wieder auf zu schiessen, also wir dürfen davon ausgehen, dass Ambri Piotta in den nächsten Partien immer wieder versuchen wird, die Scheiben auf den gegnerischen Ball zu bringen. Sind das vielleicht schon die ersten Stossgebete zum Himmel? Es ist ein schrissiger Tag für Kevin Konstantin, trotzdem nimmt er sich ein paar Minuten Zeit für uns. Kevin, willkommen zu Ambri. Was ist deine erste Impression von deinem neuen Klub? Ich liebe unsere Leute, unsere Arbeitethik und die Praxis heute. Ich denke, es gibt ein paar talented Spieler, es gibt ein paar Types von Spieler, und wenn man ein Hockey-Team zusammenbaut, gibt es verschiedene Jobs. Ich denke, wir haben einige Komponenten, um ein guter Team zu sein. Wenn du mir die Wahl für dieses oder eine große Stadt in den USA gegeben hast, dann würde ich das nicht für viele NHL-Cities. In San Jose, wir waren die letzte Team in der Liga, und dann habe ich mich überlegt, und wir verbesserten 58 Punkte. Ich weiß nicht, ob wir können das hier wiederholfen, aber ich habe eine Geschichte, oder ein Gefühl, dass was in den letzten Jahren passiert, wird es möglich sein, und ich arbeite sehr hart, zu versuchen, diese Team zu verbessern und verbessern. Der Stadion ist ein bisschen old. Ich bin ein bisschen verrückt. Ich habe mich in den Hockey-Cities, und habe ich in den Hockey-Cities, in ein outdoor-rink, das ist cool, wenn du ein warm-rink, und was die Hockey-Cities, was sie hier drinnen? Better nicht put das auf der TV, bei der. Das war's für heute. Das war's für heute.